Hallo, heute sind wir bei unserem zweiten Let's Show und wir wollten euch mal zeigen, wie weit wir in zweieinhalb Tagen kamen mit unserer Stadt. Ja, guten Tag, ich bin auch noch da. Ja, hallo. Der Tim. Er hat gesagt, Jesus. Ja, und zumindest, ja, fangen wir mal an zu erklären. Also, ich bin hier gerade in meinem 20-stöckigen Hochhaus und das wollen wir euch gleich mal von außen zeigen. Da, wo ich jetzt meine Maus hinhalte, kann man gut so ein Haus sehen. Das ähnelt einem, ja, männlichen Genital und, ja, das habe ich errichtet und da hinten, in diesem Umkreis, ganz rechts im Eck, das ist das Hatserviertel. Ja, am besten, das ist diese seine... Am besten, ja, würde Tim jetzt mal seine Kräfte einsetzen. Und, ich bin bei ihm. So, nehmen wir mal die Abkürzung. Ja, zeig dir mal das Hochhaus. Das ist das Hochhaus. Ja, ähm, meine... Wenn es euch gefällt, dann geht auf unsere Homepage, die steht wieder in der Beschreibung und schreibt mal hin, beziehungsweise also auf unsere Website und schreibt mal hin, was ihr zu diesem Hochhaus sagt. Ja, okay. Okay, ähm, ja, hallo, ja. Wie letzten mit Joe schon gezeigt, sind ja hier diese drei Häuser und die sind ja alle gleich aus. Und da habe ich noch so ein Gleichhaus umgebaut. Oder hinten habe ich noch so zwei gleiche Häuser, aber die haben noch kein Dach. Weil ich unbedingt jetzt schon aufnehmen wollte. Ja, soll ich, soll ich zum Burger King Haus oder... Ja, geh mal aufs Dach vom Burger King Haus am besten. Oh, du fachstisch. Was tot, Porto? Also, jetzt sind wir hier, wie Tims genanntes Burger King Haus. Hier kann man das Hochhaus noch besser sehen. Und hier, also, eigentlich sollte... Jetzt müssen Sie hier aber ein bisschen Fail aus so einem Hochhaus, oder? Ah, ist egal. Eigentlich sollte das hier eine Bücherei geben. Im ersten Stock sieht es aus wie eine Bücherei. Im Rest eigentlich nicht. Ja, aber jetzt haben wir uns umschieden, jetzt wird es ein Burger King. Ja. Tim, ich würde mal sagen, wir gehen zum Harzer Viertel. Ja, zum Ludwig. Okay, nein. Also, ich schaue gerade vor Ort. Bevor wir da hinlaufen, vielleicht wollen wir noch sagen, bei unseren Partner, ähm, Kanal erwähnen. Ja, wir haben einen Partnerkanal, das ist von die Platin Gamer. Und macht auch Minecraft und... FIFA 12 Manager Videos, aber ja... Wir haben auch eine sehr gute Sprechstrafe, die FIFA 12 Manager Videos. Ja, in Klammern Sarkasmus. Wer kann das verstehen, hat das selber tun schon. Gehen wir mal in den Harzer Viertel rein. Achso, die Harzer haben heute Badetag. Hier sehen wir, wie die Harzer Badetag haben. Scheiße, wir haben die NPCs vergessen. Oh, wir haben die NPCs vergessen. Lustig. Eigentlich sollten die NPCs jetzt die Harzer sein und Skratessöffel. Aber... Oh nein, wer in Kulpa reinsetzen soll. Egal. Laufen wir mal zum nächsten Harzer Viertel. Das ist diesmal das Genitalhaus. Hier haben wir drei verschiedene... Einmal hier ein Raum, das ist die Küche. Hier ist ein Wohnzimmer. Aber durch die... Ja, das ist für die reichen Harzer. Ja, aber durch das Wasser sieht man jetzt nichts mehr im Wohnzimmer, weil der Raum halt zu dunkel ist. Ja, es gibt eigentlich noch eins zu sagen. Dieses jetzt gleich wieder seine Kräfte ein. Ja, ähm, also sollen wir denen nochmal ein Spiel zeigen? Ja, wir wollten euch mal heute ein Spiel von Tim zeigen. Das nennt sich... Ein... Das Einlochspiel. Einlochspiel. Ja, okay. Kommt mal mit mir. Wie ihr seht. Also hier ist so ne Dingsbums. Ne Platte? Sprung, Blatt, Dings, keine Ahnung was. Und da unten ist ein Breitloch. Und das bring ich jetzt rein. Ja, und dann würde das Abend der Ende trocken. Und damit...